Ernsthafte Gespräche mit Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit Patrick Langloh. Er ist der Rektor am Wirtschafts- oder Wirtschaftsmittelschule in Basel. Genau, hallo. Ja, und gerade die erste Frage, was muss ein Schulrektor so machen? Das ist eine sehr gute Frage. Was muss ein Schulrektor so machen? Ich weiss noch, als ich noch nie an einer Schule war, habe ich mir gefragt, was macht er überhaupt den ganzen Tag? Und heute muss ich sagen, was mache ich nicht? Ich glaube, als Schulrektor macht man eigentlich fast alles. Von einfachen Kaffee-Hol-Übungen bis hin zu schwerwiegenden Entscheidfällen, in denen es wirklich um die Zukunft geht, von entweder jungen Menschen oder um den Einsatz von Lehrpersonen. Ja, viel Arbeit von einem Schulrektor sind wirklich entscheidende Fälle, zuhören. Es sind sehr viele personelle Themen, die man eigentlich mit zu tun hat. Planungsfragen, man plant ein Schuljahr, das kommt. Organisatorische Fragen, wir sind jetzt langsam richtig Abschlussprüfungen, da muss sehr viel organisiert werden. Und zwischendurch aber einfach einmal sich Gedanken machen über Bildung und über Themen, die halt die jungen Menschen angehen. Ja. Was sind so Ihre liebsten Teile und nervigsten Teile vielleicht auch noch? Also die liebsten Teile, und das können manchmal auch die nervigsten Teile, sind eigentlich überall dort, wo ich mit Menschen zu tun habe. Ich finde, in der Arbeit ist es ganz entscheidend für mich, dass ich mit Menschen zu tun habe, und zwar mit Individuen. Es gibt nicht einfach die Lehrperson und es gibt auch nicht einfach den Schüler oder die Schülerin, sondern letztendlich, das sind Leute, Menschen mit eigenen Ideen, mit Vorstellungen, mit Themen, die es sich ganz persönlich anbelangt. Und das finde ich immer wieder eine riesen Freude, mich mit dem auseinanderzusetzen, auch Menschen wieder kennenlernen zu können. Und manchmal kann es aber auch nervig sein, so wie wir das ja auch selber in unserem Alltag kennen. Leute, die wir auch gerade persönlich kennen, und dann mal halt ganz anders nehmen, vielleicht ticken, als wir es gerne möchten. Das ist auch nervig, aber das muss man auch aushalten. Ja, voll. Denken Sie denn, Sie haben ein gutes Verhalten zu Ihren Schülern und Schülerin? Ich hoffe es, ich glaube es selber auch. Sie müssten natürlich dort Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler fragen. Ich kann sagen, ja, die jungen Menschen, ich habe sie ausgesprochen gern. Und ich glaube, oder ich fühle mich zumindest sehr wohl auch, ja, im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis. Voll. Ich hatte gerade eine Frage, wo ich mir überlegt habe. Also, als ich in der US war, haben wir auch einen Rektor an der Schule. Und dort hat er, glaube ich, am Anfang, als wir an der Schule gekommen sind, so erklärt, dass er ja wegen gewissen Gründen nicht unterrichten kann. Jetzt, also eigentlich, die Konrektoren unterrichten ja auch. Wieso unterrichten sie nicht? Ist einfach schlicht nicht möglich. Es ist zu viel Arbeit, die zu machen ist. Sodass man eigentlich den Anspruch, den man hat, auch ans Unterrichten, nämlich wirklich einen tollen Unterricht zu bieten, einfach nicht mehr genügend tun kann. Ich vermisse es, weil ich ausgesprochen gern unterrichtet habe. Ja. Aber, wenn ich mir überlege, wenn ich noch am Schluss auch als Rektor schon unterrichtet habe, das ist nicht fair gegenüber den Schülerinnen und Schülern, wenn man dann noch verletzte Drucker, noch schnell in die Klasse rein rennt, noch schnell den Unterricht abhalten und genau weiss, eigentlich müssten sie wieder im Büro sein, weil dort der Stapel sich die Themen. Also, es ist rein vom Arbeitsvolumen her, das ein Rektor oder eine Rektorin heute hat, nicht möglich, dass man noch nebendran unterrichtet auf unserer Stufe. Voll, ja. Sie haben gesagt, Sie sind auch Unterrichter früher. Was qualifiziert einen, um Rektor zu werden? Was muss man gemacht haben? Muss man einfach ein guter Lehrer gewesen sein und dann weitergehen, oder ist das nicht so direkt? Nein, ich persönlich finde, es ist enorm wichtig, aber dass man Unterrichtserfahrung hat. Ich glaube, das ist auch den Lehrerinnen und Lehrer gegenüber und den Schülerinnen und Schülern gegenüber nur geschuldet, dass man weiss, von was wir reden. Also, ich finde, das ist wichtig. Aber am Schluss müssen Sie als Rektor bereit sein, Führungsentscheid zu fällen. Sie müssen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Das muss Ihnen wie Freude machen. Also, Sie müssen bereit sein, auch mal ganz allein an einem Ort sein und einfach eine Entscheidung fällen und für Sie nachher die Verantwortung zu übernehmen. Von dort her gesehen, helfen einem gewisse Führungserfahrungen. Mir persönlich hilft auch meine Erfahrungen, die ich im Bereich der Wirtschaft habe, die ich gemacht habe. Das sind auch Themen, klar, das kann man auch alles lernen, aber eigentlich Freude auch im Umgang mit Menschen. Eine gewisse Selbstsicherheit, weil man manchmal wirklich auch etwas ausgestellt ist, um es sich auch bereit auszustellen können. Ja, das sind glaube ich so die wahnsinnigsten Punkte. Voll. Und was haben Sie denn vorher als Beruf ausgeführt? Also, ich bin ja eben, wie gesagt, bevor ich Rektor geworden bin, bin ich sogar mal Konrektor gewesen. Ja. Und vor dem habe ich noch unterrichtet. Also, ich habe auch noch als Lehrer unterrichtet. Das sind Wirtschaftsfächer gewesen. Ich habe, als ich angefangen zu unterrichten, gerade auch mit einem Vollpensum angefangen. Ich bin Klassenlehrer gewesen. Ja, klar. Und vor dem bin ich noch eine Weile in der Forschung gewesen an der Universität in verschiedenen Forschungsprojekten. Ich habe auch mal auf einer Privatbank gearbeitet. Und habe nebenbei noch als Freelance-Journalist noch ein bisschen mehr probiert. Und das ist aber, sage ich ganz offen, nicht… Da habe ich mehr wegen dem Geldverdienen gemacht. Und weil ich gefunden habe, Journalisten, das klingt so toll. Die Sachen, die ich jetzt gemacht habe, sind in die Geschichte der Publizistik eingegangen. Aber es hat trotzdem Spass gemacht, die Erfahrungen zu machen. Ja, voll. Und ist es jetzt, würde ich sagen, Ihr Lieblingsjob bis jetzt als Rektor sein? Kann man das so sagen? Ja, ich werde oft… Also das ist auch eine Frage, die man sich auch immer wieder stellt. Wenn dann nochmal könnte ich ganz anders wählen, was ich mache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe das auch meinen eigenen Kindern immer wieder gesagt, für mich ist ein Rektor so etwas wie ein Traumjob in einem gewissen Sinn. Und ich würde das immer noch gerne als eine der Möglichkeiten… Wenn ich wüsste, also man kann es eben nicht so planen. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil es ist nicht… Sie können nicht einfach sagen, ich werde einmal Rektor. Sondern sie gehen in die Pädagogik hinein und können erhoffen, sie gehen auf jeden Fall eine Schulleitungsstelle, aber es ist noch nicht so einfach. Sie entscheiden sich eigentlich zuerst einmal für den Beruf des Lehrers, halt gleich, wenn es an die Schule geht. Aber ich muss sagen, wenn ich wüsste, das wäre dann der Weg… Doch, das wäre immer noch in diesem Topf von möglichen Traumberufen, wo ich immer wieder reintun würde und eigentlich auch bis heute nie bereut habe, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja, schön. Ähm… Etwas, was Sie als Rektor auszeichnet, also in meinen Augen zumindest, oder das, wo meistens ich Sie als Person wahrnehme, wenn Sie am Abschlusstag oder so Reden halten. Was ist der Kernpunkt, um gute Reden zu halten? Was würden Sie sagen? Also erstens auch das, ich mache es gern. Ja. Man muss Freude haben, das ist mir das Erste. Das Zweite ist, ich überlege mir immer, wer ist mir gegenüber. Also ich finde es ganz entscheidend, dass ich mich in die Welt von meinem Gegenüber eindenken kann. Mhm. Dass ich mich interessiere für mich gegenüber. Und dann ganz entscheidend, und das gilt ja übrigens auch für das Unterrichten, ist ja eine andere Situation. Aber ich glaube wirklich, dass ich mich interessiere für das Gegenüber und für das, was man redet, Bescheid wissen. Mhm. Also wenn ich jemandem etwas erzählen oder sprechen müsste, wo ich jetzt selber keine Erfahrung hatte oder nichts wüsste, dann würden Sie merken, das sind nur hohle Worte. Ja. Ich versuche in meinen Reden an etwas anzuknüpfen, das ich mir wirklich selber schon überlege. Also das müssen eigene Überlegungen sein. Mhm. Das können auch eigene Erfahrungen sein. Und ich versuche mir einfach einzudenken in die Situation von dem, die mir jetzt gegenüber sitzt, wo sich das anhören muss. Mhm. Also das ist so das, was mich eigentlich immer ein bisschen leitet dabei. Ja, voll. Ich denke, das macht Sinn. Ich weiss, die eine Rede, die ich mich immer daran erinnere, ist, dass ich glaube, ab 18 Jahren wahrscheinlich gesehen habe, wo die WM gesehen ist, am Abschluss, am Morgen dann irgendwie, über Fussball und irgendwie so den Zusammenhang gebracht haben. Ja. Eben, das macht gerade Sinn, dass Sie sagen, dass wir uns gerne noch über Ihnen versetzen, weil die meisten Jungen auf Fussball, also von den Jungs zumindest. Genau. Ja, und auch selber. Ich interessiere, also es hilft mir natürlich schon auch, ich interessiere mich auch für sehr viele Themen. Es gibt wenig Themen, die mich nicht interessieren. Also das muss ich jetzt auch ganz ehrlich gesagt sagen. Ich hatte ja schon Mühe, als ich mir entscheiden musste, was studiere ich, weil ich glaube, das, was an Möglichkeiten mir boten wurde damals, es hat mich alles interessiert. Mhm. Voll. Und auch heute noch. Ja, ich interessiere mich auch für Sport, aber ich interessiere mich auch für philosophische Überlegungen. Ich habe mich für Theologie begeistert, genauso wie ich mich aber auch für Pflanzen, die im Garten wachsen spannend finden kann. Ich merke auch, wenn mir jemand etwas erzählt, von dem er selber begeistert ist, dann steckt das an. Und ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, man muss auch manchmal ein bisschen Humor haben. Das ist auch noch wichtig. Ja. Auch einmal, ja, auch mal ein bisschen über sich selber lachen, das ist ungemistisch auch so ein Punkt. Und das alles, wenn man so das, so als, wie soll man das sagen, so Zutaten hätte. Ich glaube, dann hilft das einem auch, mit Leuten in Kontakt zu kommen und können etwas sagen, wo sie viel dazu hören, aber auch mal zuhören können. Das ist auch wichtig, ja. Ja. Was sind denn so die engen Sachen zu Auswahl gestanden, als Sie Studierende überlegt haben? Wenn Sie sagen, es sind verschiedene. Also ich habe ja, als ich angefangen zu studieren, ich habe zuerst noch überlegt, Informatik oder Mathematik zu studieren. Okay. Weil das auch Fächer gesehen sind, die mich begeistert haben. Ich habe mal, also dort habe ich auch effektiv noch angefangen zu studieren. Das habe ich dann aber relativ klein abgebrochen, aber das hängt mehr mit den damaligen Mitstudierenden zusammen, die ich mich nicht so identifizieren konnte. Okay. Aber das war damals ganz anders als heute selbstverständlich. Ich habe mir effektiv Theologie überlegt zu studieren, weil mich das immer begeistert hat. Das hat mich immer interessiert. Ich habe mir überlegt, Geschichte zu studieren, weil mich das auch immer begeistert hat. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, Medizin zu studieren. Das hängt mit meiner eigenen Familie noch zusammen. Das Recht, Use hat mich interessiert. Das habe ich dann effektiv auch neben der Wirtschaft auch studiert. Ich habe dann, ja. Und dann irgendwann bin ich auf die Wirtschaft gekommen. Und Wirtschaft bin ich, glaube ich, gekommen, weil die Ökonomen und Kunstökonomie. Und ich finde es einfach interessant, einfach der ökonomische Aspekt, dass ich finde, es ist vermessen zu meinen, die Ökonomen können alles lösen. Das ist bei weitem nicht so. Ja. Aber einfach das wirtschaftlich, das wirtschaftliche Gedenken, das hat mich interessiert. Mhm. Speziell die Volkswirtschaftslehre. Und ich habe effektiv können am Anfang Use und Wirtschaft so nebenbei studieren. Beides. Und das hat mich dann noch gepackt. Ja. Hat mir gefallen. Sind Sie denn bei Gedamm jetzt ans Wirtschaftsgymnasium gegangen? Also hängt das irgendwie zusammen? Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin... Ja, gut. Hängt es zusammen, oder nicht? Das weiss ich zwar gar nicht. Vielleicht hängt es doch ein bisschen zusammen. Ich war vorher in Basel-Land am KV. Mhm. Ich war dort ein Rektor und habe dort unterrichtet. Und natürlich, wenn man selber Wirtschaft studiert und nachher in Pädagogik ins Unterrichten geht, an der Wirtschaftsschule, hat es am meisten Wirtschaftsstunden. Also es hat an jedem Gymnasium natürlich auch Wirtschaftsstunden, aber es ist einfach so, dass man dann plötzlich, ja, die KVs oder eben auch ein Wirtschaftsgymnasium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Recht hätten natürlich einfach mehr Stunden wie jedes andere Gymnasium im Bereich Wirtschaft. Darum bin ich wahrscheinlich dort gelandet. Aber sonst von meinem, eben von meinem Herz und von meinen Interessen her, hat das auch ein anderes, theoretisch auch ein anderes Gymnasium können sein. Ähm, dann können wir gerade eben die Schule gerade hier ansprechen. Wirtschaftsgymnasium, Wirtschaftsmittelschule, Informatik mittelschule ist auch hier. Mhm. Was macht das WW so speziell? Wie würde sie das vermarkten jetzt an jemand, der das nicht so gut kennt? Ja. Also was uns speziell macht, oder was mir wichtig ist, das kann man viel zweierlei sagen, jetzt einfach mal rein auf der Haltungsfrage. Ich möchte wirklich, was mir ein Wunsch ist, dass wir als Schule sichtbar oder spürbar werden, wo man merkt, da interessiert man sich für sie gegenüber. Also, ich möchte ja das nicht einfach nur für mich allein. Es ist natürlich schwierig, ich kann ja niemandem Anweisungen geben, du musst dich für dich gegenüber interessieren. Aber wenn uns das gelingt, dass die Leute spüren, wenn du hier an die Schule kommst, da interessiert man sich auch für dich. Und das ist mir auch klar, das können nicht alle 120 Leute jeden Tag zu jeder Stunde immer nur erfüllen. Aber wenn das spürbar wird von der Haltung her, dann ist das schon mal etwas, was uns auszeichnen sollte, was uns speziell macht. Und das Zweite, rein organisatorisch, wir sind in den beiden Kantonen, Basel-Stadt und Basel-Land, sind wir die einzige Schule, wo ein Gymnasium und eine Berufsfachschule sind. Also wir sind nicht nur in der Allgemeinbildung mit dem Gymnasium, sondern wir sind auch noch eine Berufsfachschule und wir gehören auch zur Konferenz, also ich gehöre als Rektor auch zur Konferenz von den Berufsfachschulen. Wir sind in beidem drin und ich finde das schon noch spannend, weil die Berufsausbildung wird mehr so geerdet manchmal, läuft auch ein bisschen anders, es ist sehr viel zentral gesteuert und vorgegeben. Ja. Die gymnasiale Bildung finde ich sowieso auch super, ist vielleicht ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen luftiger und das zusammen gibt eine gute Mischung. Ich glaube, das ist noch gar nicht schlecht, einfach so als Schule, für mich jetzt als Rektor ist es natürlich spannend, eine Schule zu haben, wo wir so beide Abteilungen drin haben, wo wir Spezialitäten haben, aber sich gegenseitig auch so ein bisschen wie inspirieren und ergänzen. Das ist das, was uns als Schule schon noch besonders auszeichnet. Wo denken Sie, dann merkt man, dass es beides, also dass sie zusammen schaffen und so, in welchen Aspekt? Also wo man es merkt, ich glaube, dass wir, und das sage ich jetzt bewusst so, einen gesunden Pragmatismus haben. Manchmal muss man einfach Lösungen finden und kann nicht monatelang überlegen oder diskutieren und philosophieren. Dann merkt man kurz einfach darum, jetzt müssen wir eine Lösung finden. So. Und da, glaube ich, hilft uns auch die Erfahrung aus der Berufsbildung, dass man wirklich wie bereit ist, auch okay, jetzt machen wir es so. Ich will jetzt ein Beispiel bringen. Bring your own device ist ja nicht nur einfach für alle. Das ist mir völlig klar. In der Berufsbildung ist uns da aber schon vor ein paar Jahren gesagt worden, liebe Leute, zum Beispiel jetzt im Fach Deutsch, die Abschlussprüfung, die muss auf einem Laptop gemacht, also muss am Computer geschrieben werden. Mhm. Da sind wir nicht gefragt worden, ob wir das jetzt eine gute Idee finden oder nicht. Ja. Das ist uns einfach, ich sage jetzt, von Bern aus mitteilt worden. Zack. Und ich bewundere meine Lehrerinnen und Lehrer, die einen Vorlauf hatten von etwa einem Dreivierteljahr und das einfach gemacht haben. Da hat man nicht lange gemurkst. Da hat man gesagt, okay, dann machen wir das. Okay, wir tun die Herausforderung annehmen und die haben sich da selber noch schlau gemacht. Ja. Sonst würden wir das, und das ist auch nicht nur schlecht, es braucht das auch, aber man würde wahrscheinlich jahrelang überlegen, ja, soll man jetzt wirklich so eine Abschlussprüfung auf einem Computer schreiben oder wäre es nicht besser wie doch auf einem Blatt Papier? Mhm. Ja. Ich finde, es braucht wie beides. Es braucht beides. Die Überlegungen darf man nicht machen. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man so ein bisschen lernt, ah, es gibt aber auch Orte, wo man einfach mal gesagt wird, jetzt müssen wir in eine Richtung gehen. Mhm. Dann macht man das. Und dann kann man nachher schon nochmal, man muss weiterdenken. Also ich bin ja nicht der, der einfach sagt, wir müssen nicht mehr alles machen, was uns gesagt wird. Aber ein gesunder Pragmatismus heisst, okay, das macht jetzt Sinn, also machen wir es. Fertig. Ja. Dann geht es eben zu Bring-On-Devices und die Digitalisierung vom Unterricht. Das ist schon jetzt eben, wir sind alles Laptop-Klasse mittlerweile. Ja. Wie denken Sie, das ist wichtig, dass wir das so machen? Oder ist es eher, also so eine Verschönerung, aber nicht wirklich etwas, was etwas bringt, was ihre Haltung dazu? Da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang darüber philosophieren und kann es probieren, dass es in einer Länge aber auch ist, wo Sie etwas damit anfangen können. Ja, ich sage ja ganz offen, man meint ja nicht so, als hätte man in der Schule da jetzt wirklich etwas Innovatives, völlig Visionärs machen. Ja. Digitalisierung ist ja im Alltag längst angekommen. Und zwar schon lange, bevor wir uns in der Schule mit diesem Thema beschäftigt haben. Ja. Von dort her gesehen, ist es für mich ganz dringend und notwendig geworden, dass wir endlich anfangen, die Digitalisierung jetzt auch im Schulbereich sinnvoll zu nutzen. Dass es jetzt noch Sachen hat, könnte ich mir vorstellen, die vielleicht in den Augen vom Einzelnen nicht nur sinnvoll sind, kann man auch vorstellen. Aber, wir müssen doch irgendwo lernen, nicht einfach nur zu sagen, Handy, ich nehme jetzt als Beispiel, sind verboten im Unterricht überhaupt in die Hand zu nehmen, sondern zu sagen, nein, es ist eine Realität. Heute hat jeder einen Minicomputer, das sind die Handys ja heute, irgendwo bei sich. Wie können wir das sinnvoll nutzen? Ja. Und wenn wir das in der Schule nicht zum Thema machen, ja, wer denn sonst? Wer soll das? Also, es ist doch gerade wir als Schule, sollen doch den Mut haben, die Geräte sinnvoll zu nutzen, weil, wenn sie später an die Uni gehen, dann ist es selbstverständlich, dass Vorlesungen zum Teil ihre Unterlagen nur noch online zur Verfügung stellen. Und da finde ich auch wir eine Verantwortung, unsere Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten. Ja. Wenn sie später in die Wirtschaft gehen, in irgendeinen Beruf hinein, ob das jetzt im Gesundheitsbereich ist oder nicht, sie werden überall konfrontiert damit, dass es selbstverständlich ist, dass sie mit Computern umgehen und arbeiten können. Ja, ja. Und privat, ich kenne keinen mehr, der nicht irgendwo, wenn wir an einem Nachtessen sind, anfangen und sagt, du, hast du gehört das? Und dann sage ich, ja, das glaube ich nicht. Und dann, was macht man? Man zückt sie einfach, oder sie telefonen, Entschuldigung, weil wir keine Werbung machen hier. Man zuckt sie in den Telefon und googelt und schaut, ah ja, tatsächlich, das ist ja so. Und dann ist der Fussballresultat, um die wieder mal aufzugreifen, finde ich halt auch toll, dass sie sie gerade nachschauen konnten. Ja. Also darum, jetzt auch für den Unterricht, die Welt liegt, oder ich hoffe nicht, dass wir meinen, es wird wegen dem alles besser. Ja. Also das nicht, die Illusion habe ich ja nicht. Mhm. Aber wir müssen die Geräte sinnvoll brauchen können, sodass sie das Gefühl haben, wenn sie nachher die Schule abgeschlossen haben, doch, das ist ein Hilfsmittel, mit dem kann ich arbeiten. Ja, voll. So. Ja. Also ich denke auch jetzt, vor allem nach dem Lockdown, ist ja eh alles online gewesen, dass es gerade irgendwo ein Sinn ist. Also, es ist irgendwo noch logisch gewesen, den Schritt dann zu machen, auf Bring Your Device-Class zu kommen. Ja, das kommt natürlich dazu. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen auf dem linken Fuss erwischt worden, weil wir noch nicht so weit waren. Ja. Das sage ich ganz offen. Also vor einem Jahr waren wir einfach noch nicht so weit und wenn ich schaue, wie wir dort probiert haben, uns durch zu gehen, ja. Ja, nein, das ist… Für alle ein bisschen eine Herausforderung gewesen. Ja. Das ist vor allem der Anfang vom Homeschooling. Es war doch mad, dass es halt nicht überall sitzt. Das ist so. Aber ich bin dann auch, also wir sind ja jetzt, also ich im letzten Jahr, dann noch für ein Jahr eine Bring Your Device-Class zu werden, ist für mich auch so… Ich habe es auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe es unnötig gefunden, so ein bisschen wie so auch jetzt. Verstehe ich. Aber ich muss sagen, ich bin rückblickend sehr froh darum, weil es bringt doch mehr, auch eben ein bisschen mehr Umgang mit dem Computer. Ich komme schneller, ich kann besser arbeiten, damit ich gerade gewöhnt bin, damit zu arbeiten. Genau. Ja. Ja. Gerade eben, gerade angesprochen, wegen dem Lockdown, wie hast du es gesehen, eine Schule zu leiten, während dieser ganzen Unsicherheit und all das? Sehr einsam. Es war noch speziell. Ich erinnere mich noch daran, an die Tage, wo wirklich ausser mir und vielleicht noch anderen Mitgliedern von der Schulleitung einfach niemand zum Schulhaus gewesen ist. Und das ist halt manchmal so, dass man, am Schluss braucht es aber jemanden, der hier vor Ort gleich ein bisschen die Stellung haltet. Ja. Alle Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler waren im Homeoffice, daheim gewesen. Und gleich hat es gewisse Sachen, die man von hier aus musste sicherstellen, läuft das? Wo braucht es Unterstützung? Gibt es neben einen Notfall, wo man muss technisch helfen, aber auch menschlich helfen? Es ist ja nicht so. Das hat ja doch auch Schülerinnen und Schüler gegeben und auch Lehrerinnen und Lehrer. die auch in dieser Situation einfach auch Ängste hatten. Ja. Da war es wichtig für mich, da muss man bei mir auf die Büronummern telefonieren können. Klar, das konnte ich ja umleiten. Aber ich wollte einfach, wenn jemand persönlich vorbeikommt oder anruft, dass er sagt, wir sind da. Ja. Die Sicherheit muss gegeben sein. Jemand muss auch da sein. Es kann nicht sein, wenn man das Bild eines Schiffs nimmt, alle rennen von Bord und nicht einmal mit dem Kapitän ist um. Ja, ja. Ich habe gesagt, wir sind nicht einfach so ein treibendes Schiff, sondern nein, wir halten Kurs, wir sind da, wir unterstützen und das machen wir sichtbar auch vor Ort. Ja. Aber, es war schon noch speziell, doch so ganz alleine da zu sein. Interessant war aber für mich, das war eine neue Erfahrung, das habe ich vorher nicht gekannt, dass es einige Schülerinnen und Schüler gab, vor allem, die angerufen und gefragt haben, dürfen wir nicht endlich wieder in die Schule kommen? Ja, weil sonst, ich weiss auch, wenn ich sehe, es gibt auch die, die sagen, wow, nicht mehr in die Schule und so. Aber ich denke, wir haben alle gemerkt, es ist schon noch gut, dass wir in die Schule kommen können. Ja, also vor allem, als wir wieder vor der Sommerferie gekommen sind. Ich glaube es, ja. Also das sind zwei, zwei, also vier, aber zwei, die vor Präsenz sind, zwei schöne Wochen, wenn sie tot sind. Das hat richtig gut da in Antwerp sehen. Ja, also das wirklich. Aber ich muss auch, also ich persönlich hatte kein Problem daheim, ich habe es in manchen Fachen sogar besser damit zu klarkommen, daheim zu arbeiten, als Präsenz unserer Zeit, weil man halt andere, also andere Ablangungen hätten ein bisschen besser sich einteilen können. Absolut. Darf ich da schnell einhaken? Ja, natürlich. Ich glaube, das war auch eine Realität, der Unterschied, den wir halt alle daheim haben, die sind im Lockdown wieder viel stärker sichtbar worden. Extrem, ja. Ich habe mich auch immer privilegiert gefühlt. Ich meine, ich kann heimgehen, auch im Lockdown, oder ich kann daheim sein, ich kann in den Garten gehen, ich habe Hunde und Familie und alles, also das ist ja super. Aber es gibt auch andere Realitäten, Leute, die wirklich Druck haben, wo daheim vielleicht auch Ängste gewesen sind, wegen dem Arbeitsplatz, wo wir den Platz nicht hatten, mehrere Leute, die sich zusammen haben, müssen den Computer zum Beispiel teilen. Ja, ja. Und all das, noch der Druck zusätzlich, und denen noch fehlt wenig Platz. Das ist schon für Einzelne sehr, sehr schwierig. Das, ja. Und vor dem habe ich enorm Respekt gehabt. Und das muss ich sagen, genau darum braucht es aber Schule mit Unterricht vor Ort. Auch wenn es Einzelne gibt, die daheim wirklich können können, wie sie jetzt vielleicht auch profitieren und sich gut arrangieren auch. Aber es hat andere auch, die haben das überhaupt nicht können. und das ist eben, das ist ziemlich dramatisch. Ja. Nein, das ist sehr wahr. Ich habe auch, also ich persönlich habe es teilweise auch gemerkt, ich bin eine Woche in Isolation gewesen, weil ich einen Tag lang gehustet habe und dann meine Mutter halt ein bisschen griesig schon war. Und das war auch so ausschrecklich, ich muss sagen, das bin ich. Das ist speziell, ja. Aber ich habe trotzdem natürlich eine privilegierte Position auch, dass man eben eigene Zimmer kann. Ich kenne Leute, die mit sich ihr Zimmer aufteilen. Genau. Und dann war das schon schlimm. Sie auch vor allem, ich habe gemerkt, in irgendwelchen Ferien, wo man halt eben nichts draussen machen konnte. Ja. Aber ich bin zuhause gekommen, die ganze Zeit eben nicht einmal in der Schule zu sein. Und einmal der Tagesrhythmus, das ist, also mich hat es sehr belastet gehabt. Absolut. Und jetzt, ja. Denken Sie denn, Sie als Schüler, oder jetzt auch als Rektor machen, sind doof für Ihre Schüler, wenn sie solche Probleme haben, also auch psychisch irgendwie? Ja. Das müssen wir. Ich meine, klar, ich bin ja, also ich muss auch meine Grenzen dann auch wieder erkennen, weil ich bin ja nicht, ich kann nicht therapeutische Aufgaben wahrnehmen. Ja, klar. Aber manchmal hilft es schon nur, wenn man weiss, es ist jemand da, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann kann ich mich an die Person wenden, dann bin ich als Rektor, dann bin ich da und ich kann vielleicht zeigen, wo gibt es Hilfe? Ja, ja. Wo kann man sich weitere Hilfe holen? Klar, ich habe jetzt auch schon relativ viel Berufserfahrung und ich habe auch die eine oder andere Weiterbildung besucht, auch natürlich. Also ich kann auch schauen, dass ich vielleicht auch da und dort für den Rat mitgeben oder einfach auch etwas sagen kann, aber wenn es dann wirklich so weit ist, dass jemand professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss, dann kenne ich meine Grenzen und dann weiss ich aber auch, an wer ich die Person weiterverweisen kann, kann vielleicht selber auch schnell anrufen, schauen, ist ein Termin möglich. Ja. Ich glaube, das hilft. Aber es ist wichtig, dass man da ist, ja. Kommt das auch vor, dass dann Leute so zu Ihnen kommen, also Schüler jetzt vor allem? Ja, ich glaube, Schülerinnen und Schüler gibt es auch, aber wahrscheinlich sind dort meine Kontraktorinnen und meine Kontraktoren näher. Ich kann mir vorstellen, dass es, oder auch abgesehen davon vielleicht sogar auch Klassenlehrpersonen oder Betreuungslehrpersonen, dass sie vielleicht zuerst dorthin gehen würden. Ja. Ich habe auch schon gehabt, dass eine Schülerin oder ein Schüler direkt zu mir gekommen sind, weil wir uns schon kennengelernt haben, durch viele Gespräche, es ist einfach so lustig, auch kennengelernt haben, nicht einmal nur privat, sondern wirklich auch durch Disziplinargespräche. Ja, weil es sind ja häufig die, die Mühen kommen, ist ja oft halt dann, wenn es nicht läuft. Das stimmt. Aber ich glaube, und das finde ich immer wieder schön, wenn man merkt, dass man auch dort noch als Mensch wahrgenommen wird und behandelt wird. Ja. Dann kann auch ein Vertrauen entstehen und da hat es dann tatsächlich schon gegeben, dass Leute, wo wirklich, wo ich auch gemerkt habe, da ist ein Problem hinter dran, nachher, eine gewisse Zeit später noch mal gekommen sind. Das heißt, sie dürfen noch mal ein Gespräch haben mit mir und dann lasse ich mir das selbstverständlich an. Ja. Voll. Genau. Schön zu hören. Ich versuche auch mit dem, was ich mache, ein bisschen Aufmerksamkeit auf solche Sachen zu bringen, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ja, schön. Ich finde das auch eben, vor allem, das ist eben sie als Rektor, aber Lehrpersonen spielen eine grosse Rolle. Also ich auch. Unbedingt. Ich weiss noch einmal, als es jetzt mehr Zeit lang nicht so gut ging, ist es auch, ich sage jetzt nicht mehr, aber ein Lehrer so zu mir gekommen, haben mich so ein bisschen Zeit genommen, gefragt ob alles okay ist. Nachher bin ich mal mit dem Hund draußen und habe ihn dann gesehen und dann also halt getroffen auf der Strasse einfach. Ja. Und dann haben wir noch so ein Gespräch geführt, also wirklich eine Viertelstunde lang, wo das geredet, was gesehen ist und all das. Und es ist, weil in der Schule darüber zu reden, ist es schwierig, weil andere Menschen dabei sind, vor allem, wenn es auch andere Menschen in solche Sachen involviert sind. Aber dann, das private Gespräch nochmals hat mich echt berührt gehabt. Super. Und das ist schön. Wegen der Schule ist dann schlussendlich wichtig, dass wir wieder zurückgehen können. Ja. Und ich denke auch, Sie ja auch als junger Mensch, das ist so ein wichtiger Abschnitt, wo Sie da sind. Also das ist ja das, was mich auch an meinem Beruf fasziniert. Ja. Es ist ja, ich finde ja das so einen spannenden Abschnitt, oder? Es sind so die letzten Jahre, von Ihrem, ich sage jetzt halt ein bisschen auch, das steht ein bisschen pathetisch, aber von Ihrer Jugend. Ja. Wo Sie in so einer Schule sind, prägende Jahre, oder? Ja. Und nachher, nachdem Sie noch fertig sind, da sind Sie volljährigen der Regel, da führen Sie ein Studium an, davon, da führen, bei Teilnehmer schon an, erst mal in eine WG ziehen irgendwann, oder es kommt dann mal bald an, oder der erste Job, der bisher ernsthafter wird, noch ein Studium. Und das finde ich ja schon spannend, und das dort begleiten, finde ich interessant, und gleichzeitig passiert aber auch viel in dieser Zeit, also das kommt ja noch dazu. Ja. Und, wenn man dann überlegt, wie viel Zeit Sie letztendlich aber auch in der Schule verbringen. Sie sind so viele an der Schule, also, das muss irgendwie mehr sein, wenn nur reine Wissensvermittlung ist. Ja, ja. Eben, da kommt ja wieder der Beziehungsaspekt auch rein. Das tut mir, das probiere ich auch ein bisschen zu zeigen. Ja, voll. Ja. Eben, wir gehen jetzt eine andere Richtung zum Thema wieder. Selbstverständlich, ja. Jawohl. Und er hat gemeint, als er da angestellt worden ist vorhin, er gemeint hat, dass sie so eine gute Vision für die Schule hatten. Wie sieht denn die Zukunft dieser Schule jetzt aus? Was haben Sie so für Pläne noch? Ja gut, was habe ich noch für Pläne? Ich glaube, das, was ich am Anfang eigentlich gesagt habe, eine Schule, die sich für einen interessiert, dass sich das weiter, das soll sich mal ganz grundsätzlich weiter zeigen. Ich meine, ich finde einfach als Schule einfach nicht stehen bleiben. Das ist für mich einfach wichtig, dass wir, wir sind ja, meine, Schülerinnen und Schüler werden ja gerne auch als Lernende bezeichnet, vor allem in der Berufsbildung. Ja. Ich möchte, dass wir auch als Schule lernend bleiben und ich möchte auch selber als Mensch lernend bleiben. Lernend im Sinne von, ja, Interesse haben, was weitergeht. Eben, jetzt ist Digitalisierung das grosse Thema. Dass man so ein Thema auch aufnimmt, und an dem sich weiterentwickelt. Oder, dass man auch andere Sachen vielleicht auch weiter überlegt. Ich meine, ich sage jetzt etwas anderes. Wenn man die Schule anschaut, die Strukturen, die sind ja im Prinzip uralt. Mhm. Also, wenn sie zurückschauen, wie lange geht jetzt schon eine Unterrichtslektion, 45 Minuten, dann könnte man so lange, lange, lange zurückgehen. Und die Frage ist ja manchmal auch, ja, ist das gut? Oder wir machen das einfach jedes Jahr so. Ja. Ist das gut? Oder wir müssen vielleicht eine Stunde mal, wir müssen vielleicht länger die Stunde haben. Das wäre also eine Sache, die ich einfach immer wieder wichtig finde. Ich meine, ich kann ja nicht alleine einfach die Schule komplett nach meinen eigenen Vorstellungen umstellen. Das ist auch gut. Aber, einfach sich Gedanken machen zwischendurch, vielleicht kommt man dann zum Schluss doch. Das ist doch noch gut, die 45 Minuten Lektionen. Mhm. Der 45 Minuten Takt. Dann aber auch sich überlegen, zum Beispiel sind wir uns alle gewöhnt, und das habe ich ja auch schon gehabt, und das ist ja doch schon eine Weile her. Man ist dann im Fancy, dann hat man eine Stunde Mathe, dann geht man eine Stunde ins Englisch, und dann am Nachmittag hat man vielleicht noch zwei Stunden Physik oder irgend so etwas. Ja, ja. Es wäre ja mal interessant zu überlegen, was macht das eigentlich Sinn? Mir hat es vielleicht mehr Sinn, wenn man Mathematik hat, wenn man dann nachher drückt, wenn man schon im naturwissenschaftlichen Denken ist, dass man dann auch gerade nachher dann vielleicht Physik hat. Ja, ja. Oder eine andere Frage. Wir haben zum Beispiel, wenn Sie ein Schwerpunktfach haben, haben Sie vier Stunden pro Woche. Ja. Je nachdem aufgeteilt. Zwei und zwei, oder manchmal zwei eins eins, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, ja. Da finde ich auch, es lohnt sich darüber nachzudenken, macht das Sinn? Oder wäre es vielleicht sinnvoller, wenn wir sagen, nein, die vier Stunden, machen wir immer am Stück. Weil bei vier Stunden, können wir sie natürlich anders in die Tiefe. Ja. Jetzt als Schüler oder als Schülerin gibt es natürlich solche, die denken, vier Stunden, das Fach, und ich nenne jetzt bewusst keins, das überlebe ich ja gar nicht. Ja. Ja, aber, vielleicht ist gerade das Eintauchen auch eine Chance, vielleicht das Interesse für das Fach besser wecken, oder vielleicht auch die Schönheit. Weil man muss natürlich auch vier Stunden anders gestalten, als wenn ich nur eine oder zwei Stunden habe. Ja. Oder ich kann nicht zwei Stunden einfach an jemand anderen sprechen. Ja. Bei vier Stunden. Erst recht nicht. Erst recht nicht. Also muss man etwas überlegen, wenn ich es mache. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich einfach denke, und das ist etwas, wo ich sicher auch mit einzelnen Lehrerinnen und Lehrern immer wieder mal ein bisschen überlegen bin, dass man einfach über das ein bisschen auch nachdenkt. Das sind so Sachen, wo ich einfach für unsere Schulen, wenn sie fragen, was habe ich für Visionen oder für Weiterentwicklung. Ich glaube dort einfach überlegen, ob man nicht in die Richtung mehr müsste gehen. Bis hin, dass man natürlich auch sich überlegen könnte. Das ist ja nichts Neues, so wie es andere Schulen auch schon machen, wo man so auch Phasen hat, wo man gewisse Fächer Ausschliessung hat. Ja. Und andere dafür nicht. Und die dann wieder später dazu nicht. Das gibt es ja ausser die Modelle. Mhm. Ich finde einfach, es lohnt sich darüber nachzudenken. Und sonst, ich bin einfach wirklich jemand, der glaube ich einfach neugierig ist und offen ist. Und eben, wie ich gesagt habe, lernend will ich bleiben. Und es wäre jetzt vermessen, wenn ich würde sagen, also in fünf Jahren machen wir das und in zehn Jahren machen wir das, weil ich kann auch nicht führern schauen. Aber ich würde bereit sein, in fünf Jahren, wenn es etwas Neues gibt, auch das aufzunehmen und wieder sinnvoll weiterzumachen. Haben Sie denn, also jetzt das mit der Facher bezogen, das Freiraum zu machen? Oder ist das nicht irgendwie vom Kanton sofort? Nein. Ist das nicht? Nein, nein. Okay. Da sind wir völlig frei. Also gut, die 45 Minuten, nein, da sind wir sogar frei. Da gibt es ja auch Schulen, die zum Beispiel so Jumbo-Lektionen haben. Ja, ja. Das ist nicht weit, davon hat das eine Schule. Ja. Ähm, ja, also von dort her gesehen, das kann man machen. Mhm. aber, ähm, ich finde, da muss man auch, ja, man muss auch können, Lehrinnen und Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler letztendlich auch dafür begeistern, also sie müssen quasi sich einlögen, oder? Ja, ja. Voll. Ja, ähm, jetzt noch ein anderes Thema, das kann ich aber darstellen, was nichts mit der Schule zu tun hat, ist, ähm, Together for Uganda. Jawohl. Jetzt sind Sie Geschäftsführer, oder? Präsident vom Verein, ja. Okay, ja gut. Ähm, was, was, was ist der Verein? Ja, können Sie kurz beschreiben? Jawohl, kann ich auch etwas sagen. Das ist natürlich ein Thema, das ich mit viel Leidenschaft anbringen kann. Ja. Das ist ein Verein, wo eine Schule in Uganda führt. Mhm. Also wir haben dort eine Kindergarten- und Primarschule nach englischem System. Voll. In Uganda, im Osten von Uganda. Und das ist eine Schule, die wirklich, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, wenn man es so formuliert, aber für die Ärmsten von den Armen ist. Ja. Also es ist eine Schule, wo wirklich Kinder, wo auf der Strasse sind, wo häusliche Gewalt erlebt haben, wo vielleicht zum Teil schon mit der Droge auch früher als Kinder in Konflikt gekommen sind oder in Abhängigkeiten gekommen sind, wo einfach keine Chance haben auf Bildung. Den Menschen oder den Kindern möchten wir eine Chance geben. Und die nehmen wir in die Schule. Mhm. Und wir haben die Gebäude finanziert von der Schweiz aus. Wir zahlen Löhne von unserer Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Wir zahlen das ganze Schulmaterial, das Essen vor allem auch. Okay, ja voll. Und das haben wir jetzt in den letzten Jahren weiterentwickelt, weil wir jetzt gesehen haben, die müssen ja nach der Primarschule auch weitergehen, in die sogenannte Secondary School. Also wie gesagt, das ist ein englisches Schulsystem. Die sind länger in der Primarschule. Das ist eigentlich, es gibt ja nicht Primarschule 1 oder 2. Ja. Sondern wir sind, bestehende Schulen, die es gibt, haben wir eine ausgesucht, als Partnerschule. Ja. Ah voll. Also unsere Patenschaft haben, wie wir dort vergangen haben, für solche Kinder. und das dann weiter begleiten, bis, ja je nachdem, in der Berufslehre auch rein. Auch dort gehen wir weiter. Oder verlieren dann mal auch die Ersten, die sogar an eine Universität gehen. Ja. Das werden wir sehen. Wie sind Sie dort, das Projekt, also dort mitzumachen? Das hat ein damaliger Freund von mir, das war ein Pfarrer, das war Pfarrer Rogeroner, der ist hier in der Gelderkirche. Und der hat mich gefragt, ob ich mich, ja ich habe gesagt, du hast doch mit Bildung zu tun. Ja voll. Wir haben dort eine Schule in Uganda, das war 2010, wäre das nicht etwas für dich. Und dann bin ich dort hineingekommen und habe zuerst gedacht, ja gut, aber das ist eine ganz andere Welt, ich habe ja mit Gymnasium zu tun und das sind Primar- und Sekundarschüler. Das kenne ich gar nicht so die Welt, oder Kindergarten beispielsweise. Und ich war noch nie in Uganda bis dort hinein. Ja. Und dann ist, habe ich aber am Anfang mit viel Engagement mitgemacht und dann habe ich mir zur Schule überlegt, was mache ich eigentlich da? Kann ich denen überhaupt das bieten, was sie wollen? Ich bin jetzt unsicher geworden. Und der Roger ist leider gestorben und dann ist für mich klar gewesen, also jetzt kann ich nicht einfach gehen. Und dann ist 2017, ist der Punkt gewesen, wo wir im Verein gesagt haben, also wir wissen nicht, ob wir die Schule weiterführen können. Es hat wirklich niemand mehr im Verein, vor allem im Vorstand, der noch die Möglichkeit hatte, nach Uganda zu heisen. Ja. Und ich hatte dort einen längeren Urlaub vor mir. Und dann habe ich gesagt, von meinem längeren Urlaub, ich gehe jetzt einfach mal ein paar Wochen nach Uganda, dort hinein. Und bin alleine dort hineingegangen, das erste Mal. Ich konnte dort wirklich unter einfachen Bedingungen leben, aber ich habe dort etwas gesehen, das mich derart berührt hat. einfach wie die Menschen sich dort engagieren und einbringen für die Erarme. Ja. Und das hat mich so berührt, als ich dort war. Ja. Dass ich gesagt habe, hey, ich gehe sicher nicht aus diesem Verein aus, im Gegenteil, ich engagiere mich noch mehr. Ja. Und habe dann das Präsidium übernommen und seither haben wir eine Webseite aufgebaut. Wir haben Patenschaften aufgebaut und es ist irrsinnig. Ja. Voll. Hat das während Corona jetzt irgendwie so schwierig gemacht, oder? Ja. Ich hatte leider jetzt im letzten Jahr eine Reise nach Uganda geplant. Ja. Die konnte ich nicht antreten. Voll. Und im Moment ist es wirklich offen, wenn ich wieder nach Uganda reisen kann. Ja, schwierig. Weil das ist zwar im Moment nicht offiziell auf der Quarantäne-Liste, aber Corona ist dort auch ein grosses Thema. Es hat es schwierig gemacht, aber was wir jetzt auch dafür haben können, wir haben unsere Lehrerinnen und Lehrer die Löhne weitergezahlt. Und das war für diese eine Sonnenermutigung. Mhm. Das hat immer viele Schulen dort in Uganda gegeben, auch staatliche Schulen, die die Löhne nicht mehr bezahlt haben. Und wir haben unsere weitergezahlt und haben damit verhindert, dass die einfach in die Armut wieder abrutschen. Ja. Und wir haben den Schülerinnen und Schülern zwar keinen Unterricht bieten können, aber etwas, was in dieser Zeit ganz wichtig war, einfach Essen und Orte, wo sie hinkommen konnten. Und wir haben jetzt die ganze Zeit Essen verteilt in der Schule. Zum Teil sind sie ja keine Eltern mehr, aber da haben einfach Leute vorbeigehen. Da haben wir Reis abgeben, anderes abgeben, einfach Essen, damit sie überhaupt etwas zu Essen bekommen. Weil unsere Schule in Uganda ist für viele von den Kindern, die bei uns in die Schule gehen, der einzige Ort, wo die überhaupt etwas zu Essen bekommen. Ja. Also auch in den Ferien bieten wir übrigens, also Schulferien gibt es ja in Uganda auch. Ja, ja. Da bieten wir aber an der Schule Essen an, weil es gibt ganz viele, wenn die am Morgen kommen in die Schule, kleine, vier-, fünf-, sechsjährige, die haben noch nichts geessen daheim. Die kriegen das erste Mal etwas zu Essen dann in der Schule und gegen den Mittagessen und zu oben können sie noch etwas essen. Ja. Und wir haben gesehen, zum Teil waren die Ferien, dass sie unterernährt wieder zurückgekommen sind und dann haben wir gesagt, hey, das hören wir gerade auf. In der Ferien dürfen wir weiter Essen an. Ja, voll. Schön. Ja, und jetzt haben wir mit Corona immer wieder Essen finanzieren und anbieten. Ja. Und jetzt sind die Schulen wieder aufgegangen. Ah, voll. Besondere Situation. Aber die haben jetzt halt auch, die haben natürlich nicht wie wir, Homeoffice machen können, sondern haben wirklich ein Schuljahr verloren. Voll. Das ist schwierig, ja. Okay. Mhm. Spannend. Ja, also ist der Verein basiert dann auf Spenden, oder? Wir finanzieren es ausschliesslich aus Spenden. Ja. Und was uns, glaube ich, auch auszeichnet als Verein, ist, dass die Spenden fast zu 100 Prozent wirklich den Leuten in Uganda zukommen. Also unser Verwaltungsaufwand, der ist so klein, weil wir alle Ehrenamtliegen dort mitarbeiten. Ja. Und ausser die paar Portospiesen und sonstige Spiesen, die bei uns anfallen, geht alles nach Uganda. Ja. Also das ist schon toll, ja. Und da muss ich sagen, ja, grosses Dankeschön an die Spenderinnen und Spender, und natürlich auch unsere Partner, die uns unterstützen. Ja. Das ist wirklich gewaltig. Ja. Toll. Das ist schon ein tolles Projekt für selber. Ja. Das klingt sehr interessant. Ja. Ja, das finde ich super. Ja. Gut. Ähm. Dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen mit, so Ihnen als Person. Gut. Die Frage, wo wir jedem Gast stellen, wo ich die Überleitung auch jede Folge mache. Machen Sie nochmal. Das ist gut. Ja. Ja. Was denken Sie sind, also jetzt aus Ihrer Perspektive, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen in der Zukunft? Hm. Ja, ich meine, das, was natürlich in aller Wunder ist, sind einmal rein die ökologischen Probleme natürlich auch zugenommen haben. Also das müssen wir ganz klar sehen. Die Ressourcen auf unserer Welt, die sind endlich oder sind knapp. Und der Verteilkampf, der wird wahrscheinlich auch zunehmen. Für mich ist auch der Individualismus ein Thema. Mhm. Es ist so wichtig für jeden, immer das Ich zu betonen. Ja. Und ich glaube, das wird uns als Gesellschaft ziemlich herausfordern. Weil, wo haben wir noch das Wir? Wo verstehen wir uns noch als Gemeinschaft auch miteinander? Also das sind für mich so zwei Themen. Ähm. Man hat auch jetzt gesehen, gerade mit Corona, ich finde das ein schönes Beispiel. Da hat es am Anfang Solidarität gegeben. Ja. Aber die ist dann relativ klein dann weg gewesen wieder. Das ist wahr, ja. Sowohl international, also bei den Staaten. Jedes Land hat plötzlich nur noch für sich geguckt. Ja. Ja. Im Land selber. Jeder Kanton hat eigene Regelungen. Mhm. Und inzwischen auch bei den einzelnen Menschen. Da ist der eine sauer wegen dem. Der andere sagt, er ist sauer wegen dem. Und jeder sagt nur noch, ich will was für mich wichtig oder richtig ist. Ja. Und das finde ich echt eine Herausforderung. Ja. Das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist mir auch sehr gut. Das ist wirklich, ja, finde ich gut gesagt. Mhm. Ähm. Dann aber jetzt ein bisschen mehr persönlich. Was ist ein Ereignis aus ihrem Leben, von dem sie gelernt haben, wo sie denken, dass wenn andere davon hören, dass sie auch davon lernen können, beziehungsweise dass sie davon lernen können, von dem, was sie daraus gelernt haben? Ja. Ja. Ich glaube, was man kann, was ich jemandem mitgeben kann, ist, es ist nicht alles, aber das ist jetzt auch nichts wahnsinnig weises, aber es ist einfach nicht alles im Leben planbar. Ja. Ich hätte, ich bin, als ich die Schule fertig gemacht habe als Schüler. Ja. Da habe ich für mich gesagt, ich werde alles in meinem Leben machen, aber ich werde sicher nie lernen. Ja. Und wo bin ich gelandet? Mit grosser Freude an einer Schule. Ja. Ähm. Dass sich das so entwickelt hat bei mir, dass ich überhaupt, ich bin sehr früh schon im Basel-Land-Rektor geworden, oder frage dann noch keinen Rektor, das habe ich eigentlich eigentlich nicht geplant. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Das war nicht der Karriereplan, den ich so hatte. Mhm. Ich bin manchmal auch ein bisschen reingestolpert, aber dann plötzlich geht dort ein Türen auf, oder dort ein Türen auf. Das ist nicht alles planbar. Ich habe mal, als ich studiert habe, Entwicklungsländerökonomie war ein Schwerpunkt für mich im Studium. Ich habe lange überlegt, ich möchte vielleicht auch etwas mit Entwicklungsländern machen. Ja. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Ich habe mir gesagt, ich heirate nicht bei vor 30. Ich habe meine Frau kennengelernt. Und es war für mich klar, das ist die Top-Liebe von meinem Leben. Ja. Also ist der Plan mit nicht vor 30 Euro dann ja gerade fallen lassen. Und Entwicklungsländer, da sind viele reisen. Aber ich habe gemerkt, nein, ich will jetzt nicht in irgendein Entwicklungsland gehen. Ja. Da habe ich das nicht machen können. Bin ich traurig gewesen wegen dem? Nein auf eine Art. Und man merkt schon. Und dann plötzlich, ohne dass ich es gesucht habe, kommt das mit Uganda. Ja eben. Jetzt bin ich in einem Verein Türen auf Uganda. Das sind für mich Sachen, die ich auch wieder staunen kann, wie das Leben manchmal läuft. Ja. Ja. Ich glaube, das ist, also es ist nicht alles planbar, aber ich glaube, ein bisschen neugierig sein, offen sein und dann ergänzen sich manchmal Möglichkeiten, mit denen wir gar nicht rechnen. Ja. Ich glaube, das ist das, was ich so mitgeben würde. Voll. Schön. Dann, was wollen Sie noch gerne lernen? Was ich noch gerne lernen möchte? Ja, ganz praktisch. Ich würde ja eigentlich gerne Gitarren spielen können. Und zwar, weil ich singe ausgesprochen gerne. Ja. Und ich habe früher noch mal Altflöten gespielt und andere Sachen auch schon gemacht. Aber ich würde gerne Gitarren einfach haben, um einfach ein bisschen Lieder zu singen. Meine Songs, meine Beatles Songs oder die Cat Stevens Songs und solche Sachen. Oder Bob Dylan Songs natürlich auch. Das sind Sachen, die ich wirklich, das würde ich noch ganz gerne machen. Ja. Und sonst lernen, ich glaube, was immer wieder eine Herausforderung ist. Ich habe jetzt viel gesagt, ich möchte lernen bleiben. So Themen wie Gelassenheit. Ja. Ja. Ist ja etwas, wo ich jetzt sicher vom Alter her auch schon ein bisschen besser bin. Aber es bleibt ja gleich. Sonst passiert es mir auch, dass ich irgendwann etwas mehr auch wieder denke, oh, jetzt müssen ich etwas machen und dringend und so. Niemals. Und ich finde einfach, nein. Nicht langweilig werden im Sinne von, ja, ja, das legt sich dann schon, das gar nicht. Aber einfach die Ruhe und die Gewissheit haben. Man findet eine Lösung. Ich sehe sie auf jeden Moment nicht, aber man findet eine Lösung. Und das ist so etwas, was ich auch weiter lernen möchte. Ja. Und vielleicht in der Theologie noch etwas noch mehr machen. Das wäre vielleicht auch noch etwas, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich mal mehr Zeit habe. Ja. Das Interesse hat nicht aufgehört, das sage ich ja ganz offen. Und da könnte ich mir schon noch vorstellen, vielleicht sogar noch mal noch mehr in gewisse Sachen gehen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Doch, das sind ganz unterschiedliche, aber noch spannende Antworten. Genau. Gut, und dann noch als abschliessende Frage. Wie würden Sie als Mensch gerne anderen Menschen in Erinnerung bleiben, wenn es sie mal nicht mehr gibt? Als jemand, der eine Beziehung, der eine Beziehung interessiert war. Ja. Ich glaube, wenn das bleibt, dass ich jemand bin, der sich interessiert, für die Beziehung wichtig geworden ist. Ich hoffe auch, dass man mir vertrauen kann. Ja. Ähm. Wenn das bleibt, dann bin ich sehr dankbar. Ja. Gut. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Danke schön. Ja. Gibt es sonst noch etwas, was Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben haben auf den Weg? Nein. Ich glaube, Sie haben jetzt ein Potpourri an Themen gehört. Ich glaube, das ist gut. Und ich bin gespannt, was das Leben weiter von mir bringt. Ist gut? Ja. Gut. Dann danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist sehr gerne geschehen. Ja. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin ja hör auf Catholics Ltd. Untertitelung des ZDF, 2020